Hallo, Sir. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Ja, Sie sehen wohlgenährt aus. Passen Sie auf, ich habe eine Spezialaufgabe für Sie. Ich werde mich jetzt in diesen Sessel setzen und werde mit offenen Augen etwas meine Gedanken vertreiben lassen und vor mich hindösen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja. Würden Sie denn in der Zeit aufpassen, dass mir keiner in den Nacken schießt? Das wäre eine ganz tolle Geschichte. Ja? Da würde ich mich nämlich hier ein bisschen mit offenen Augen ausruhen. Denken Sie bloß nicht, dass ich schlafen würde. Ich schlafe niemals im Dienst. Ist das in Ordnung? Ja, ich sehe, wir verstehen uns. Sie tippen mich dann mal leicht an. Ja? Und zwar so in circa acht Stunden. Ja? Solange bin ich mit offenen Augen hier, ne? Habe auf alles im Blick. Machen Sie mir bloß keinen Blödsinn, ne? Ja? Gut. Dann müssen wir es nachher. Verdammte Scheiße. Autsch. Übrigens, sagt ihr, wer wird nicht angefasst, ne? Angucken ist erlaubt, anfassen nicht, ne? Wie gesagt, bleibt dabei. Acht schon antippen. Ich habe sie im Auge, ne? Sie mich hoffentlich auch. Autsch.